Aspacherin ist Bundessiegerin beim Mahlwettbewerb. Beim 48. internationalen Raiffeisen-Mahlwettbewerb haben sich fast 140 Schüler der NMS Aspach beteiligt. Siegerin in der Kategorie 3 auf Bundesebene wurde Vanessa Marin aus Aspach. Grünes Licht für Neubau eines Frauenhauses Landesrätin Birgit Gerstorfer informierte das Team des Frauenhauses in Viertel, das mit der Planung eines Neubaus begonnen würde. 2017 wurden im bestehenden Haus 25 Frauen und 34 Kinder betreut. Motorräg und saniertes Freibad Andorf eröffnet Im generalsanierten Bad entstand das zweite Bewegungsparadies der Motorrägpark-Offensive des Sportlandes Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesrätin Birgit Gerstorfer und Bürgermeister Peter Pichler übergaben das Bad und den Motorrägpark seiner Bestimmung. EM-Generalprobe im Innenviertel Zahlreiche Athleten der Europameisterschaften in Berlin werden beim internationalen Josco-Laufmeeting in Andorf an den Start gehen. Stadtkindergarten Scherding wird grösser. Eine Bedarfserhebung ergab, dass ein Zuwachs an Betreuungsplätzen notwendig ist. Im Stadtkindergarten wird nun eine zweite Krabbelgruppe eingerichtet. Easy Rider im Innenviertel beweisen Herz. Biker wie Besucher der Easy Rider Charity Tour in der Rieder-Weber-Zeile spendeten insgesamt über 5.500 Euro für schwer erkrankte Kinder. Auszeichnung für Witzmann-Mühle. Die Familie Witzmann erhielt im Rahmen des Sommerfestes der Wirtschaftsbundortsgruppe Höhnhardt die Ehrenurkunde Traditionsbetrieb der Wirtschaftskammer Oberösterreich.